Servus und Mahlzeit Leute, was geht? Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Es ist nämlich Tag X. Das heißt für euch, Farmus 16 Bars Rap Block startet heute mit der zweiten Staffel. Endlich mal wieder, nach langer Zeit, aber wir sind zurück, wie versprochen. Euch erwarten wieder richtig coole Clips. Fette altbekannte Beats natürlich. Ihr werdet euer Spaß daran haben. Ich wünsche euch jetzt bei den kommenden Clips viel Spaß. Ich gehe mir jetzt einen saftigen Döner kaufen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und bis dahin, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.